So, neue Ziehung, neue Chance für alle. Rund 5 Millionen Euro warten heute in der obersten Gewinnklasse von 6 aus 49. Heißt natürlich, sie brauchen die 6 Richtigen plus die passende Superzahl, um an unsere 5 Millionen ranzukommen. Und mit dieser ersten hier geht's los. Die 24. Ja, der Jackpot ist also noch da. Heißt natürlich auch, dass am vergangenen Mittwoch kein Tipper einen Super-Sechser hatte, aber einen einfachen Sechser. Der war dabei, nämlich in Berlin. Da sagen wir Glückwunsch zu rund 1,3 Millionen Euro. Die nächste ist die 10. Und in Gewinnklasse 2 geht's heute, trotz dass natürlich da jemand schon gewonnen hat am vergangenen Mittwoch heute nochmals um 2 Millionen Euro. Also da nicht traurig sein, wenn sie jetzt gleich die 6 Richtigen haben, aber die Superzahl dann am Ende doch nicht passen will. Nächste ist die 45. Und ein weiteres Millionchen, das wartet heute in einer unserer Zusatzlotterien, nämlich im Spiel 77. Da braucht's mir immer natürlich die 7-stellige Gewinnzahl. Die hab ich gleich für Sie. Wenn Sie da vielleicht Ihr Kreuzchen gesetzt haben, dann können Sie da auch nochmal hoffen. Nächste Lottozahl, die 27. Und bei Super 6, bei unserer anderen Zusatzlotterie, geht's natürlich wie immer um den Höchstgewinn von 100.000 Euro. Und das war am vergangenen Mittwoch nur ein einziger Tipper, nämlich in Bayern. Auch dort sind natürlich Glückwunsch und viel Spaß mit dem Gewinn. Die vorletzte ist die 3. Und insgesamt haben wir jetzt mittlerweile schon 39, die jetzt meine ich mitgerechnet von 49 unserer Lottokugeln, die in diesem Jahr mindestens einmal gezogen wurden. Es fehlen also noch 10, die haben sich 2022 noch gar nicht blicken lassen. Letzte für heute ist die 2. Und hier nochmal in einer Reihe die 6 Richtigen für heute. 5 Millionen warten auf Schildteilen. Und im Spiel sind wir 70 nochmal eine Million. Jetzt gucken wir aber erstmal, die Superzahl heute ist die 3. Und hier sind nochmals alle Gewinnzahlen. Los geht's mit den Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 2, 3, 10, 24, 27, 20, 45 und die Superzahl 3.